Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur 15. Sitzung des Landtags. Im Jahr 2008 folgten Sie Ihrem Amtsvergegner Dr. Harald Ringsdorf und haben die Devise Regieren mit ruhiger Hand weiterverfolgt. Sie haben Ihre eigenen Stärken in das Amt des Ministerpräsidenten eingetragen und gestalten Politik auf ihre Art und Weise. Das heißt, sachorientiert, kritikaufnehmend, pragmatisch und wie ein Richter eben abwählend und ausgleichend. Wir haben das Land Mecklenburg-Vorpommern in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgestaltet, inhaltliche Spuren hinterlassen und viele Erfolge verletzt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Wahl. Es stimmten für Frau Manuela Schwesig 40 Abgeordnete mit Ja, 29 Abgeordnete mit Nein, ein Abgeordneter und ein Abgeordneter. Damit ist Frau Manuela Schwesig zur Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Ich frage Sie, Frau Schwesig, nehmen Sie die Wahl an. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich nehme die Wahl an. Frau Ministerpräsidentin, ich spreche Ihnen die Eidesformel vor und bitte Sie, hier nachzusprechen. Ich schwöre, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Volke und dem Lande widmen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. Ich darf mich beim Parlament ganz herzlich bedanken für das große Vertrauen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Es ist für mich eine große Ehre und Verpflichtung zugleich Ministerpräsidentin unseres wunderbaren Mecklenburg-Vorpommerns zu sein. Und ich darf den Menschen versichern, dass ich mit aller Erfahrung, Kraft und Leidenschaft dieses Amt ausführen werde zum Wohle unseres Landes. Vielen Dank. Ich begrüße nun den Tagesordnungspunkt 3, Eidesleistung der Ministerinnen und Minister gemäß Artikel 44 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Volke und dem Lande widme, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Danke sehr. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.